Eine Milliarde Euro kostet uns der Bundestag jährlich, nur die Abgeordneten. Herzlich willkommen beim Deutschlandkurier. Heute geht es um die Bundestagsverkleinerung, die wir schon als größte Oppositionsfraktion damals 2017 gefordert haben. Schäuble damals hat im Ältestenrat dann eine Runde eingeläutet. Jeder hat seinen Vorschlag gemacht und jetzt endlich hat die Ampel unseren Vorschlag angenommen. Glauben Sie nicht? Schauen Sie sich mal an, was die CDU und die FDP dazu gesagt hat. Tatsächlich, man hat bei uns abgekupfert. Wir freuen uns natürlich über die Tatsache, dass die AfD zum ersten Mal im Bundestag in einer wichtigen Frage der Organisation von Demokratie eine Mehrheitsentscheidung für ihr Konzept erhalten wird, weil es kein besseres gibt. Ist ja in Ordnung. Unsere Vorschläge sind gut. Die sind jetzt durchgesetzt. Immerhin haben wir jetzt von 736 Abgeordneten, werden wir nächstes Mal runterkommen auf ungefähr 580. Das ist der erste Schritt. Im nächsten Schritt wollen wir die 450 Abgeordneten haben. Das reicht. Das muss auch reichen. Das haben wir in der AfD als DNA seit unserer Gründung drin, dass die Parlamente kleiner werden müssen. Damals wurde es abgelehnt. Jetzt haben wir es tatsächlich erreicht. Also Opposition wirkt. Und man muss sich das mal von oben anschauen. Ein Gipfelblick von oben. Meta-Ebene. Was passiert da eigentlich, wenn ich rüberschaue nach Russland? Die Duma hat 450 Abgeordnete und Russland ist wesentlich größer. Die USA, ein wesentlich größeres Land, hat im Senat 435 Abgeordnete. Und wir haben jetzt momentan 738. Das ist einfach zu viel. Das haben wir jetzt erwirkt. Ab nächstes Jahr, ab der nächsten Legislatur wird es kleiner. Und beim übernächsten Mal kämpfen wir dafür, dass wir noch weniger ausgeben und keine Milliarde Euro für die Abgeordneten. Danke, dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.